hallo ich will auch everybody dance now der tanzt ein bisschen gay aber wurscht gehen wir wieder zu einer dünn das ist die nadine hallo nadine verbrannt heuhaufen ja sehr schön und suchen wir mal wo findet man das denn nein da ist heu sponjka heu heu ja ich weiß es voll voll ist aber ich sage jetzt heu heu tada heu heu wenn ich will man dann fliege ich erst mal zum quest das macht das töten hier auch sinn ja dann würde ich sagen wenn die liegen da und die haben auch ja okay dann würde ich sagen verbrenne ich die kacke mal und werde die mal sachen sammeln dann bis beim schlüssel so und da sind wir beim schlüssel heini angekommen wenn jetzt erst mal hier ordentlich tötet worden es ist sehr schwer muss ich sagen aber er tötet mich oh mein gott was mache ich denn jetzt so ihr seht auch es ist ein bisschen spät deswegen ich wundern wenn ich ein bisschen leiser bin oder gar nichts sage so anlegen so was mit denen flucht aus der verlorenen stadt befreit prinz hat und spricht mit könig lehnt die lohnung entlohnung in gold ab und er hört den ruf und 200 gold ist ja klar was ich wohl nach so 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 ach du schande so also das glaube ich jetzt nicht mehr so 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 nene omg jetzt ja egal könig faores und akett wir nehmen natürlich das gold bei ruf kriegt man ja durch den wappenrock den sie gibt in den zum öffnen rechtsklicken hey da fehlt ein kupfer sehr schön ja und ich bin nicht gerade der der viel gold hat in der tasche aber eher weniger aber es reicht um die runde um um die runden zu kommen hallo kurze kommt ein bisschen kurz so was haben wir denn noch für ein quest hat ist das denn sprechen hier auch jetzt geht die quest los also ich habe und um bis jetzt ein einziges mal gekostet also da wird es wahrscheinlich ab und zu bleiben die tagesquests mache ich nicht die werde ich auch nicht zeigen keine ahnung habe ich nie gemacht das sieht ein bisschen arg viel aus wo ist denn der noch hier richtig what the fuck alter hat der eine keule ich möchte nicht seine freundin sein wenn ich eine frau wäre aber wo ist denn der penner mein gott wo steht der sparten denn ach da nein mache ich nicht das hält nicht zum erfolg tagesquests also nur damit ihr es wisst wie viele quatsch haben wir denn hier eigentlich da kette gesehen 105 ok fliegen wir zum nächsten fliege ich gleich zwei tagesquests wenn ich sehe tagesquests ganz einfach sind die die mit dem blauen ausrufezeichen wie es bereits gemerkt habt ja aber erstmal will ich hier mit allen sprechen ja gut liegt ihr da oben ja dann ist egal wir werden auch wieder da unten das seht ihr auch schon dass sie dahin müssen ich glaube das ist das quest was wir beim brichter für den erfolg fehlt ich bin mir nicht sicher muss ich mal gucken irgendwann so was haben wir hier dann ja es ist ja kann ich nur noch völlig kleine besteht ja auch ganz unauffällig haben die nicht mal irgendwie vorhanden das gestanden ich will die quest annehmen aber was was ich hole mit gegengift keine ahnung ich guck mal ganz kurz wie lange ich aufgenommen habe noch nicht wirklich lange gehen wir mal das quest ab ich stelle nämlich langsam müde vielleicht hat man das auch ich weiß wochenende voll kurz wie die uhr umgestellt wird die nacht und bis das video kommt ist schon die uhr längst umgestellt ja wir könnten da irgendwann mal wieder hier in der instanz gehen wenn ich die lust dazu hätte und andere auch lust hätten weil allein melde ich mich nicht an erstens weiß ich wieder tank ist zweitens weiß ich wieder heiler ist und drittens habe ich keinen bock mit einer wartezeit von einer stunde hier zu warten nein ach ja genau die meine ich natürlich was hat er dann was hat er hat da sie so ich muss jetzt irgendwie noch ein bisschen zusammenkriegen weil ich dass ich euch hier langweil oder sowas nein will ich nicht wenn ich merke jetzt ist so langsamer ende weil die nerven irgendwie was heißt die nerven denn wo w ist bei mir moment in hinsicht questen ist wo w bei mir ziemlich langsam ich bin einer der sehr faul ist wenn es questen geht wenn ich merke dass langsamer ende ist dann werde ich auch ende machen weil sie sucht mich über dich quälen und irgendwann kriege ich kopfschmerzen die handelt ist so bei mir ist nicht bei ihnen aber bei mir ist es so kann aus der sonne hallo du stehlen mutter fuk wer nennt mich hier ein dieb du dieb geh weg du lause bub hoffen wir wieder das ganze spiel mit zorn ist es sehr spannend immer zu und zu drücken so stein der sonne eigentlich immer noch zum anderen koloss wo wollen denn noch mal was wo war er 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 ich glaube da war da oben wo bist du koloss des mondes da nein aber die müssen wir auch retten da ist nur die sonne ich brauch den mond wenn ich suche mal eben den mond und das sind wir so Jo, ähm, genau. Aber wie es weitergeht, ähm, ich mache jetzt Ende. Ähm, seht ihr in der nächsten Folge, dann machen wir hier weiter. Und, äh, bis dahin und ciao.